Hallo meine lieben Freunde, während Helene Fischer eher so atemlos durch die Nacht macht, macht der Wolf eher so schlaflos durch die Nacht. Denn ich bin groß am vorbereiten. Heute Abend ab 20, vielleicht auch 19 Uhr, mal gucken, ist der große Geburtstags-Livestream von mir. Mit Tim, Kevin, Luca und natürlich mit mir. Wir reißen die Bude ab, es wird richtig krass und ich bin hier. Es ist 8 Uhr morgens, ich habe kaum geschlafen, weil wir gestern noch bis 2 gestreamt haben. Und ja, ich bin hier groß am vorbereiten. Ich baue hier gerade ganz alleine hier die große Vorbereitung, denn ich baue das deswegen, damit ich euch heute Abend das bieten kann, was ihr schon so lange verlangt habt in einem Livestream. Ich sage, das ist eigentlich Quatsch, aber ihr wollt es, es ist der Geburtstags-Stream, ihr kriegt es, ich baue das hier auf, damit wir heute Abend live Bierpunkt spielen können. Holy Shit. Und ja, ansonsten wird gespielt, was weiß ich, FIFA UFC, das Übliche, was man halt gut zu viert spielen kann. Versteht das? Man kann kein Minecraft zu viert am PC spielen! Und ansonsten wird das heute ein ziemlich schöner Abriss. Ich hoffe, ihr seid live dabei ab 20 Uhr, sag mal, ab 20 Uhr, denke ich mal, ist es realistisch, auf Twitch.tv und dann in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Schaltet ein, das wird ganz großes Kino.